So, Hallihallo und willkommen zu einem neuen Video. In dem Video heute möchte ich mit euch gemeinsam Sony ZV1 am PC anstieße als Webcam. Von Sony gibt es eine neue Software, die nennt sich Imaging Edge Webcam von Sony und ich habe die Kamera schon mal ausprobiert, das funktioniert. Aber wir haben die komplette Einstellung wieder verstellt. Ich habe jetzt auch Micro-USB Kabel, was ich jetzt nicht testet habe. Ich würde sagen, das anschließe jetzt als Webcam, da nehme ich euch komplett mal mit, dass ihr das einfach seht, was ich mache, wie ich es mache. Da würde ich sagen, wir legen auch gleich los. So, als erstes gehen wir mal auf meinen Monitor. Als Suche gäbe ich jetzt ein Sony Webcam. Dann komme ich hier zur Imaging Edge Webcam Seite, kann ich dann direkt draufklicken und herunterladen. Das habe ich schon gemacht. Hier ist jetzt auch so eine Übersicht, welche Kameras alle funktionieren. Da ist eigentlich doch einiges dabei. Da wird sogar meine Alpha 6500 funktionieren mit der Software. Aber meine Alpha 7 S1 funktioniert nicht. 7C 7RM4 Ja. Aber die will ja auch gleich anstießen. Ich möchte hier die Sony ZV1 anstießen. Die funktioniert auf jeden Fall. Herunterladen, brauche ich nicht machen. Habe ich schon gemacht. Ich gehe jetzt wieder zurück. Bedienung. Verwenden von Z1. Dann wird mir hier nämlich angezeigt, welche Schritte das jetzt machen muss. Da jetzt meine Kamera ja erst als Gimbal verwendet hat, muss ich das jetzt natürlich wieder umstellen. Menü, Netzwerk mit Smartphone, aus und mit PC Fernbedienung ein. Das machen wir jetzt mal schnell. Gehen wir runter auf den Tisch, schalten wir mal die Kamera an. So, sehen wir ja her, dass ihr ein bisschen was vom Display seht. Dann hier ins Menü gegangen. Dann müssen wir oben auf Netzwerk. So, Steuerung mit Smartphone. Jetzt ausmachen. Ich bin mir jetzt auf Ein. Ich brauche jetzt, wenn ich zum Beispiel das Gimbal verwende, dann brauche ich das. Mit der Menü-Taste komme ich dann wieder eine Stufe zurück. Und jetzt muss ich auf PC Fernbedienung. Dann muss ich jetzt auf Eingang. Und mehr brauche ich jetzt hier. Hier der Einsteller. Das heißt, ihr macht die Kamera jetzt wieder aus. Dann brauche ich USB-Kabel. Mikrofon brauche ich jetzt hinterher. Mikrofon machen wir zu. USB-Kabel brauche ich jetzt. Moment ja hier noch das Micro-USB-Kabel. Das Micro-USB-Kabel habe ich mir schon mal eins hergerichtet. Ich schlicke jetzt schon mal ein. Das beste USB-Kabel ist nicht. Das sitzt nicht mehr richtig fest. Aber wird hoffentlich funktionieren. Ich würde sagen, ich schließe mal schnell die Kamera an. Ich habe auch hier schon eine Schnellwecksplatte, dass ihr die einmal Magic Arm befestigen könnt. Ich gieße das mal schnell an. Und dann gucken wir mal, wie man es hinkriegt. Jetzt schalten wir mal auf OBS. Jetzt seht ihr viele Bilder gleich doppelt. Aber sonst kann ich euch das jetzt zeigen. Ich gehe hier einfach auf Plus. Dann gehe ich auf Videoaufnahmegerät. Was jetzt hier eingeht, ist egal. Aber Sony Webcam haben die tatsächlich schon mal drin gehabt. Jetzt muss ich hier die Sony Webcam suchen. So, auf OK. Und jetzt haben wir theoretisch die Sony Webcam nun eingerichtet. Ich schließe mal das OBS wieder rüber. Ich schließe das jetzt mal hier auf dem Bild auch noch ein. Dass wir dann jetzt einfach mal die Kamera vergleichen können. Jetzt haben wir sie hier drin. Man sieht schon, die Bildqualität ist jetzt natürlich die beste. Weil das Problem ist, wenn wir das bei USB abgreifen, dann greifen wir nicht die komplette Sensorauflösung. Und man hat jetzt hier eine Auflösung von, das zeigt es mir gerade dann, eine relativ schlechte Auflösung. Ich bin jetzt auf Benutzer definiert gegangen. Ich bin jetzt auf Benutzer definiert gegangen. 1.024x576. Also man hat keine Full HD Auflösung, was wir abrufen. Aber die Möglichkeit ist da, dass man jederzeit, ohne dass man eine Elgato Capture Karte, ohne dass man irgendwas hat, die Kamera schnell anschließt. Und man hat natürlich dann auch den Vorteil von dem Mega Autofokus. Man kann hier irgendwas in die Kamera halten und man hat halt einen zielsicherer Autofokus. Auch wenn jetzt die Tonqualität nicht unbedingt die beste ist. Mal gucken, ob die Webcam die Wörter sogar einen Ton mit ausgeben. Ich muss jetzt bei mir bloß stumm schalten, weil den Ton von der Kamera wird jetzt hier definitiv getan. Und da würde ich sagen, das Bild ist auf jeden Fall schon mal besser, als wie eine 0815 Webcam. Bei mir im Bauch ist es ziemlich dunkel. Die haben jetzt bloß keine Logitech-Webcam da, dass ich da mal sagen kann. Die macht das mal zum Vergleich. Aber selbst so ein Auto-Zoom und so eine Naheinstellgrenze. Da ist halt so eine Webcam auf jeden Fall unschlagbar. Was ich jetzt auf jeden Fall noch machen werde, ist die ganze Verbindung mit HDMI. Dass wir halt dann doch noch eine bessere Bildqualität haben. Weil dann kann ich dann letztendlich auch so jetzt hier digital in das Bild reinzoomen, ohne dass sie einen Qualitätsverlust haben. Da ist die Webcam-Lösung, würde ich sagen, einfach eine Notlösung, aber keine Dauerlösung. So, nochmal ein kurzer Anhängsel, dass man auch sieht, wie die Bildqualität von der ZV1 ist, wenn man das Ganze mit HDMI verbindet. Also ich habe das jetzt hier bei mir an meiner Blackmagic mit angestoßen, an meinem AT-Mini. Wenn ich jetzt hier am AT-Mini bequem natürlich die Kameraperspektive umstelle. Ich habe jetzt natürlich auch die Möglichkeit, dass ich andere Perspektive mache. Das Gute ist halt, jetzt die Kamera ohne Objektiv, ohne nichts, ein bisschen reingekroppt. Ich habe den Bildausschnitt, was ich will. Hat mir bei der Kamera doch einiges in Geld gekostet, weil ich da separat ein Objektiv gekauft habe. Was man halt sieht, die APS-C Kamera, wahnsinnige tiefer und scharfer. Also, selbst das DX-Razer in meinem Stuhl ist nicht mehr lesbar. Da kann die kleine Kamera natürlich nicht mithalten gerade nicht. Was aber halt an der Kamera richtig geil ist, ist dieser Präsentationsmodus. Egal, wie, was jetzt eine Kamera hält. Zielsicher habe ich immer den Autofokus, selbst wenn ich es irgendwo hier am Rand reinhalte. Ich bin da mal groß mittig im Bild. Und auch wenn ich jetzt in die Kamera reinschaue, dann habe ich halt immer zielsicher den Fokus. Bei der Kamera hier, wenn ich jetzt da was an die Seite reinhebe, eher weniger. Wenn ich jetzt nur ganz leicht über mein Gesicht fahre, dann habe ich auch ein zielsicherer Fokus. Also die Alpha 6500 hat ein richtig, richtig guter Autofokus. Die neue ZV1 hat halt schon den neuen Autofokus. Also Autofokus eigentlich noch besser. Und die Naheinstellgrenze ist halt abnormal bei der Kamera. Mal gucken, wie weit kann ich da hin? So weit. Aber eigentlich vergleichbar mit meinem, mit der Kamera. Und da sieht man halt. Das Bouquet ist mit meiner Sony Alpha 6500 abnormal. Ich habe jetzt hier ein bisschen mehr, wenn ich irgendwie nähe an die Linse gegangen bin. Irgendwas filmen. Aber nicht so extrem wie mit der Kamera. Also. ZV1, mega gute Kamera. Preis, Leistung, richtig, richtig gut. Ist jetzt aber nicht zum Vergleich mit der APS-C Kamera oder Vollformat Kamera. So. Wollte ich bloß noch kurz angehängt haben, dass wir auch mal das Bild von der ZV1 im Vergleich mit der Alpha 6500 sieht. Ich finde das Bild ist ganz in Ordnung. Aber mir wird die tiefe Unscharfe hinter mir jetzt nicht ausreichen. Weil da sieht man die ganze einzelne Röhre, was sie aufgehängt haben. Was man halt nicht mehr sieht. Gut. Bis zum nächsten Video. Tschüss. Tschüss. Tschüss.